... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Englisch Hate, also Hass schüren. Und da ich nicht weiß, was Hass ist, ist einfach der Begriff Verhetzung für mich etwas, was ich nicht verstehe. Insofern hat dieser ganze Prozess und der ganze Vorwurf mich überhaupt nicht getroffen. Überhaupt nicht. Denn sie reden über etwas, was ich nicht kenne. Ich glaube, am Ende, und das ist unser Verein. Wir erfüllen unsere Pflicht, indem wir aufstehen und versuchen, unseren Mitmenschen zu helfen. Das ist die Pflicht von Medizinern und Medizinwissenschaften. Alles, was wir tun, der ganze Verein, Oni Weiken, alle, tun es, weil es ihre Pflicht ist. Und dazu bedarf es, wir müssen nicht mutig sein. Es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Und es ist gut so. Also, noch einmal, alle meine lieben Freunde, ihr Guten, wir bleiben zusammen und wir machen weiter. Wir kämpfen nicht. Wir machen einfach weiter innerhalb unserer Möglichkeiten. Unsere Möglichkeiten sind nicht groß, weil unser Verein sehr klein ist. Und, ja, wir haben keine große Infrastruktur, aber das, was wir machen können, werden wir versuchen, weiterzumachen. Vielen Dank, lieber Sujet. Vielen Dank, lieber Sujet. Vielen Dank, lieber Sujet.